Willkommen zurück bei Lost in Random. In der letzten Folge haben wir den Visionär getroffen, einer der 5 Kartenmacher. Und der hat uns losgeschickt, die anderen verbleibenden 4 Kartenmacher zu finden und zu befreien. Und auf diese Weise bekommen wir dann eine Karte, mit der wir die Königin schlagen können. Und ich glaube, da unten, das sieht mir sehr nach einer Kartenmalerin aus. Mit der werden wir dann mal sprechen. Guten Tag, junge Dame. Sie sind immer sehr, 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 sehr. Wenn nur die Karte für uns alle es tut, würden wir nicht mehr so sind. No scram. Lessen? Weil ich nur sagen möchte, dass wir das einmal nicht so können. Wir können nicht so, wie? Weil die Königin schon gewonnen hat. Das bedeutet, dass wir sie gewinnen. We lost and we lose and we keep losing until she decides she's tired of winning, which is never. Oh, I've seen your coin before, convinced that you're different. Oh, you're special and that if you could just reach her, you'll fix it all. Heck, I've even helped. You know what happens? You lose hard and I'm still trapped here, forced to paint mad inventions for the Queen instead of the magical cards I used to love. All that changes is that you die a little sooner than otherwise and my heart breaks a little more and I'm tired of it. So, no, I'm not helping you. Now, if you please, scram! Huh. Dicey? Oh my God, where did you find that? This, this changes everything. A moment of love. There, perfection. das ging wirklich schnell zwei pinselstriche fertig na klar darauf kannst du alle deine hübschen farbämmerer wetten so ja tatsächlich es gibt es die fünf von uns wir alle haben eine unique role in card creation es beginnt mit der Visionärer, die du kennst, die wunderschöne gaze kann sehen die Dinge hidden zu anderen dann kommt es zu May, die schildert die Bildung, imbüht es mit der earliest magie, auf der alles andere ist gebaut die Glüer affixes die Karte zu der Backung, ein critical job, die Alchemist die Karte, die Karte, die Karte, die Leidung und magie und und endlich, die Rulemaster, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karte kann und wie es kann sein, wie es kann, die Karte, die Karte die Karte, die Karte, die Karte, die Karte, die Karteurierung für den conditional carbohyd wat Gut, die hat also auch so einen orangenen Pinöpel auf dem Kopf. Scheinbar ist das das Markenzeichen der Kartenmacher. Okay. Na dann, auf zum Glüer. Well, the painter had done all she could, and now even was off to the Glüer, who, and I'm going to go out on a limb here, might be in a sticky situation himself. Da hab ich doch was leuchten gesehen. Hey, hey! Hey! I'm trying to tell a story here. Hey! 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 Oh nein. Unser Erzähler. I'm lucky I have you. Suddenly, the little girl's story took a much darker turn. I feel like someone just walked over my grave. I've got a bad feeling, Dicey. The foolish girl was far from home. She knew she made a mistake. She felt like getting up forever. Little bird. I don't know what it is. Dicey, I just feel odd. Tired all of a sudden. Oh man. Oh man. I don't want to die. I don't know what it is. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, ich würde mal hoffen, dass die da jetzt nicht alle runterkommen. Sonst haben wir nämlich ein ernstzunehmendes Problem. Oh, oh. 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 Oh, das reicht mir eigentlich schon. Guck, jetzt können wir den sogar noch gratis dazu. Oh, in Bewegung bleiben. Mensch. Aber kein großes Würfelglück heute. Heute bei diesem Kampf. Platz nehmen wir. Ja. Das ist ein bisschen mau hier mit den Würfelpunkten. So, da sind doch die Punkte, die wir brauchen. Ach, verdammt in Bewegung bleiben. Ähm. In den Blinzelangriff. In den Kastallfluch. Da kommt der auch noch mal mit. Zack, das gab auf jeden Fall schon mal richtig dicke Punkte hier. Ähm. Wir verstärken. Wir verstärken den Kastallfluch. Warum eigentlich nicht den nochmal verstärken, ne? Keine Idee. Aber wir haben uns die noch dazu. Den noch dazu. Wir können natürlich den spielen. Das sollte ja wohl reichen. Blöden Fehler echt schon wieder gemacht. Das hat jetzt auch noch keine. Wir werden uns die noch mal gerne setzen. No. Wir kommen mal wieder zurück. Wo ist der Kristallfluch? na ja vielleicht sollten wir doch man in bewegung bleiben und jetzt gar nicht mehr da denn das haben wir noch gar nicht benutzt das schwert wenn wir machen aber das ist momentan wichtiger und wir können natürlich gehen und an denen das macht einen guten eindruck oder nicht ja fiese geschichte mit dem mit dem schatten der königin der sich da durch die würfel dimensionen bewegen kann man fühlt sich da ja doch immer sehr sicher und unantastbar und dann auch immer so was aber wir haben es ja geschafft da ist doch irgendwas im argen hier da können wir doch mal stimmt gegen schießen müssen wir wahrscheinlich auch nicht wir gehen mal da hoch werden wir mal mit dem netten onkel dort sprechen und dann muss man bestimmt hier die diese punkte dort alle treffen das ganze zum stillstand zu bringen oder so könnte ich mir vorstellen naja das werden wir herausfinden in der nächsten folge und ihr seid dann hoffentlich wieder mit dabei bis dahin ciao